hey moin freunde was geht hier ist euer rapmarek und wir werden euch heute etwas chilliges zeigen und zwar habe ich ja sehr früh angefangen und beziehungsweise nicht früh ich habe ja sehr spät eigentlich angefangen aber ich habe mit sehr alten sachen angefangen und zwar mit handy aufnahmen und stativ und so ganze scheiß vom bildschirm halt aufgenommen und wir wollen euch jetzt also ein bisschen zeigen von damals zu heute die qualität die sie sich geändert hat wir natürlich immer für euch mal weiter ausgebaut daher hoffe ich natürlich dass ihr das auch cool findet dass wir so weit gekommen sind dann viel spaß dabei moin und herzlich willkommen bei GTA Online 5 Glitches wir präsentieren euch heute zwei Wall Glitches und zwar einen der direkt hier an der Tuningwerkstatt ist dafür haben wir zwei Optionen um diese Mülltonne hier vorne zu bewegen denn die steht viel zu weit weg von der Wand dran um da ran zu klettern nach da oben dafür haben wir die erste option wir nehmen ein fahrzeug und fahren dann dagegen verblieben könnte passieren dass diese Pfosten hier mit einem Weg ist da haben wir noch eine andere Möglichkeit und zwar vom alten Glitch von Update 1.14 da haben wir nämlich da muss man ein Fahrzeug kaufen um Objekte zu bewegen das mache ich jetzt mal dann gehen wir jetzt mal auf Internet dann auf Legendary Motorsport dann den LRD weil er umsonst ist also wir müssen so oder so die Fahrzeuge nicht kaufen dann ist es eigentlich egal so jetzt kommt oben da das Symbol wo wir das dann in welchem Appartement abstellen wollen jetzt können wir die Tonne bewegen stellen wir die schön ran direkt in die Ecke ran so dann können wir alles abbrechen so und jetzt können wir rauf klettern so beachtet diese Graufläche nicht rauf gehen außer ihr wollt raus aus dem Wall Glitch ich zeig euch jetzt dass man auch die Leute kennen kann ganz besonders das macht mir schon voll fun wenn die denn zur Tuning-Wennstatt fahren wollen so da haben wir ein Opfer gut das war Nummer 1 jo so angekommen an dieser Location wollen wir natürlich jetzt hier unter dieser Brücke rein wie wir das ganze machen ganz einfach gibt zwei Methoden obwohl das ist ja sozusagen eine Kopie vom alten Version und bei der alten Version ging das ganze noch hier geht das schon wieder nicht so ganz man kann jetzt also auf Legendary Motorsport eine Energie sozusagen bestellen und dann diese Mülltonne schieben das ist nicht mehr so leicht ja aber ich habe das Ding gekriegt mit ein bisschen Anlauf und dann können wir hier auch schon reingehen und zack sind wir jetzt in dem Wall Glitch drin bitte beachtet diese graue Fläche geht da nicht rein wenn ihr reingeht dann fliegt ihr raus aus dem Wall Glitch also macht es nur dann wenn ihr tatsächlich raus wollt natürlich kann man auch hier rausschießen ein Kollege fliegt ja sowieso jetzt gerade raus den knallen wir jetzt erstmal gleich ab ich zeig euch dass man auch raus fahren kann das ist super nett weil die Leute natürlich die zum LS wollen kann man sozusagen hier trollen und abknallen so Leute ich hoffe es hat euch gefallen diese kleine Rückblende wie es mal bei uns angefangen hat mit einer Handykamera und wie es jetzt bei uns gerade läuft mit einer HD-P4 oder GameCapture und PS3 und PS4 auf jeden Fall haben wir ordentlich aufgerüstet für euch und sind immer stets dabei natürlich unsere Qualitäten unserer Videos immer wieder zu verbessern und ich hoffe da kommt auch wieder demnächst ein neuer Schritt denn ich habe neue Programme womit ich besser aufnehmen kann und werde mir auch eine neue GameCatcher kaufen und natürlich hoffe ich dass sich dann ordentlich wieder an Qualität halt zunimmt und ja es freut mich sowieso dass ihr mal dabei wart und ja deshalb Daumen nach oben für euch haut rein Ciao Ciao 2 2 3 1 5 1 2 3 4 5 5 5 6 6